Ja, hallo meine Lieben, wir machen noch ein professionelles Video, also er macht ein professionelles Video über dieses Objekt. Das muss auch gemacht werden, weil das einfach mit das schönste Objekt ist, was es gibt im Raum Alanya. Und warum? Ich zeige es euch. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist das sozusagen Bungalow, riesengroß. Das ist die Küche. Okay, dann haben wir hier ein Schlafzimmer, dann haben wir hier das Bad mit Hängeklo, dann haben wir hier nochmal ein Schlafzimmer, riesengroß. Und war es das schon alles? Natürlich nicht, denn es gehört noch eine größere Villa dazu und noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung auch noch. Und, und, passt auf, das hier gehört zu diesem Bungalow dazu. Also es sind drei Sachen in einem. Dann hat man hier einen extra Bereich mit Waschmaschine, Waschraum, Lager. Und hier hat man Feigenbaum, die sind schon reif. Seht ihr das? Da tropft sogar das Feigenwasser. Und jetzt passt auf, hier wunderschöne Sitzgelegenheit. Und dann das hier, unglaublich. Das glaubt wirklich, also das ist mit das Schönste, was es gibt. Hier haben wir Burkblick, ich zung es mal ein bisschen her. Dann wir sind hier in Kestel auch noch, das ist das Gute. Und da unten ist der BIM, da unten fünf Minuten Fahrt und ihr seid im Zentrum. Dann haben wir hier eine Hängeschaukel, wer Hühner mag, hier haben wir ein Käfig, Hängeschaukel. Und jetzt passt auf, diese Villa, das ist die Hauptvilla. Diese Villa mit Pool, Riesenpool und noch bessere Aussicht. All das könnt ihr gleich sehen, könnt ihr sehen, wenn Lars dann das Video hochgeladen ist, das Professionelle. Da helfe ich natürlich jetzt mit. Und dann könnt ihr das ganze Video sehen. Ich verlinke es, liebe Grüße, vielleicht schaffen wir es heute noch. Dankeschön.